Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte mich einfach mal bedanken, dass wir schon zusammen, wir als Community und ich, einfach zwei Jahre schon YouTube machen. Ich wollte euch einfach nur Danke sagen. Und jetzt fangen wir mit dem Vorrechtskalender an. Das ist halt der erste Vorrechtskalender. Da haben wir heute von Leslie die Prex. Ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Farben sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat eine so eine Schachtel 18 Gramm. Die hier drin auch. Das ist jeweils vier drin. Ja, darf ich sagen. Sehen wir uns gleich zum Test. Herzlich Willkommen zum Test. Jetzt testen wir jetzt erst die rote Abdeckung. Kurz, aber so war es eigentlich ein ganz schöner Effekt. Jetzt ist das mit Lila. Okay, die war kürzer. So insgesamt waren die beiden eigentlich sehr schöne kurze Fontäne. Halt in sehr manchen Leslie sitzen die drin. Aber so waren sie schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh ho. To beendet Untertitelung des ZDF für funk, 2017